Solche Aktionen sollte, ich finde vielleicht, um, also vor allem für mich selber, um mich selber zu finden, über mich selber nachzudenken, was man selber ist und was man eigentlich selber denkt, über die Welt, aber auch zu zeigen, worüber sie eigentlich denken und was sie tun, was sie prägt aus.